Dadurch, dass wir so wenige sind, man kennt sowohl die Dozenten sehr persönlich als auch eben die anderen Studenten. Man sieht sich jeden Tag, wir sind halt ziemlich wenige und dadurch können wir uns auch sehr viel austauschen über alles. Also wir sind auch sehr nah uns, sage ich mal. Also wir tauschen uns auch über familiäre Sachen und so aus. Ja, wie eine Familie eigentlich. Vielen Dank.